guten tag zum projekt thunfisch wie man sieht klafft hier ein nicht wenig großes loch da wo eigentlich die airbox steckt und ich hatte ja angekündigt dass wir was besonderes machen es ist jetzt was besonderes geworden und es ist besonders hässlich nämlich und zwar haben wir uns gedacht so eine offene airbox ist was tolles warum wie und was das zeigen wir euch jetzt und zwar haben wir hier eine airbox die sieht von unten ganz normal aus wird hier verschraubt und wenn man sie dann hoch hält dann ist da ein mt prototype luftfilterhalter drauf und hier außen wie man sieht wie so kofferraum dichtgummi der hier überall extrem gut abdichtet gegen den tank später unten warum haben wir das jetzt gemacht und was was soll der ganze käse es ist so dass wenn wir hier den airbox deckel drauf haben den ich jetzt leider nicht mehr zur hand habe dann verringert er ja unser nutzbares airbox volumen oder bestimmt unser nutzbares airbox volumen also wie viel luft der motor momentan zum einatmen zur verfügung hat und wie viel luft hier drin gestaut werden kann also das ist quasi das luftreservoir vom motor klar holt er sich von hier vorne aber unmittelbar hier raus zieht der motor dann die gereinigte luft die durch den luftfilter geht was wir jetzt gemacht haben ist den deckel abgenommen haben uns hier aus dem deckel einen kleinen halterring gemacht und hier alles mit gummis abgedichtet damit das hier quasi nachher komplett unten an der airbox abdichte ich muss jetzt gerade mal sehen ob ich das so hinbekomme wenn ich das hier rausnehmen und den hier mal so gegen halte das ist jetzt noch nicht ganz final noch nicht ganz perfekt aber man sieht schon die idee also hier vorne dichtet ab hier hinten dichtet überall ab also ich kann nirgendwo mehr durchfassen die luft kommt rein und ist dann hier oben wie in der großen airbox drin so das ist jetzt auf jeden fall mal der gedanke dahinter man kann jetzt mehrere wege gehen es gibt hersteller die bauen das fix und fertig verlangen schweine geld danke verlangen schweine geld dafür und da wir ein budget projekt sind hier mit der torono mit dem thunfisch habe ich mir gedacht wir machen das einfach mal selber so auf prototypen basis das kann man natürlich noch viel 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 schöner machen wir hatten auf jeden fall hier schon k und n filter drin den haben wir dann gereinigt und ausgewaschen der war auch noch nicht lang drin ich glaube seit dem letzten kundendienst funktioniert tipptopp nur schließt hier normalerweise dann oben der luft filter deckel ab also das heißt der filter ist oben offen kann man vielleicht nachher auch mal einblenden wie das aussieht wenn ich es nicht vergesse der filter ist normalerweise oben offen und dann brauchen wir jetzt hier einen deckel weil die luft kommt hier rein muss durch diesen kasten und strömt dann nach oben hier durch und wird dann durch den filter hier nach außen durch gedrückt das heißt wenn wir hier offen lassen würden würde die ganze dreckige luft einfach oben drüber und in den motor was natürlich nicht gut wäre wir wollen ja saubere luft für den motor deswegen auch hier überall abgedichtet und auch wirklich passend abgedichtet also wenn ihr sowas vor habt dichte das so ab dass es wirklich dicht ist und nicht dass es halbwegs dicht ist weil wenn ihr dann irgendwann mal größere dreckstücke oder was in den motor kriegt in die drossel klappen was nicht rein soll ist es total uncool also daran denken auf jeden fall haben wir jetzt halt hier das airbox volumen dadurch erhöht dadurch macht sie natürlich auch ein bisschen mehr krach wahrscheinlich da zeigen wir euch gegen ende des projekts oder irgendwann wenn wir weiter fortgeschritten sind noch ein soundcheck und wir haben den k&n filter weiterverwendet haben jetzt ein größeres airbox volumen das wurde im rennsport übrigens auch gemacht es gab auch filter die decken hier einfach die komplette airbox ab dass hier quasi so eine kleine luftröhre ist dann kommt die luft durch und geht dann von oben durch den filter durch auf die drossel klappen aber wie gesagt alles ziemlich teuer wir hatten den k&n filter ich habe in meiner dummheit den originalen deckel zerschnitten und deswegen konnte ich nicht den deckel hier einfach nutzen man kann beispielsweise auch einfach den deckel ganz lassen ihn hier hinten komplett öffnen und dann nur hier stege lassen die den luftfilter unten halten war ich zu blöd dazu habe ich nicht gemacht daher muss sie mir selbst behelfen also der wunderschöne prototypen mototech luftfilter entschuldigung der zwar nicht besonders hübsch aussieht aber vom technischen gesichtspunkt her wirklich gut funktioniert auch weil hier oben diese gummi lippe am luftfilter abdichtet so dass es relativ also dass es pressen zu ist das heißt hier dass da wird sich nichts verbiegen durch die luft wir werden damit jetzt mal ein bisschen rumprobieren und das dann gegebenenfalls noch optimieren und schöner machen aber wenn ihr eine rsv habt oder ein thunfisch merp dann ist das hier so eine modifikation die schon relativ viel bringt auch im ansprechverhalten weil ihr eben immer passend luftmenge und schon komprimierte luft zur verfügung habt ihr dann beim gas öffnen verbrauchen könnt ansonsten kann man ja sagen das airbox volumen ist relativ klein luft kommt rein mit extrem hoher geschwindigkeit ist drin man gibt gas verbraucht die luft die hier drin ist und muss dann erst luft nach fördern das ist mal so der der grobe gedankengang also ich versuche immer hier alles relativ grob zu erklären es ist nicht alles hundertprozentig korrekt da müsste man es weiter ausführen aber nur so als anmerkung was dann hier noch ist mir so ein dorn im auge ist hier unten dieser dieser ansaugkasten man sieht ja hier schließt es am rahmen ab und dann kommt durch die ram air kanäle links und rechts hier die luft rein wird dann nach oben gefördert und durch den luftfilter dann hier in die offene airbox tankkombination jetzt ist es so dass dieses modell hier da ich schraube es einfach kurz ab wir sind gleich wieder da und fertig ja wenn ich das so ins licht halte man sieht dass hier so eine resonanzkammer ist die wahrscheinlich der abgasnorm geschuldet ist würde ich jetzt behaupten und behaupten viele da kommt die luft hier rein dann werden hier verwirbelungen erzeugt und natürlich durch diese resonanzkammer hier vorn der schallpegel etwas gemindert das heißt es hockt so drin luft kommt hier rein muss sich erst hier irgendwie dazwischen durch mogeln und kann dann erst hoch durch den filter was es jetzt da gibt ist auch wieder aus dem aprilia regal und zwar gibt es diese ansaugmuffe von den älteren modellen von den me modellen und die hatte diese resonanzkammer noch nicht und hatte größere kanäle das heißt es ist einfach hier unten so ein klotz dran und hier kann es frei durchfließen also keine resonanzkammer nicht diese dieser restriktor oder diese trompete drin war einfach strömungstechnisch besser gelöst weil auch weniger restringiert diese teile von den me modellen gibt es zwar am markt diverse aprilia spezialisten vertreiben die auch aber sie sind mittlerweile sind teuer weil wie bei vielen trends sind mittlerweile alle darauf aufmerksam geworden die me muffe ist viel besser ich möchte die benutzen und deswegen kostet ich glaube so eine muffe kriegt man jetzt nicht mehr großartig unter 60 euro also nur dieses teil ich werde mal versuchen ob ich da irgendeine finde so lange bleibt aber mal die dran weil sie mir jetzt auch nicht weh tut und es keine performance motorrad ist aber das sei auch noch gesagt dass es hier auch noch eine alternative gibt in verbindung mit der offenen airbox jetzt die wirklich schäbig aussieht aber funktioniert ich kann es nur wiederholen also ja was hier noch zu sagen ist ich habe hier das vernietet damit es wirklich fest ist und im luftfilter oben in diesem gummikranz sind ein bisschen größere löcher gebohrt damit es hier wirklich auch wieder eine passung hat also es hat unten und oben eine passung und so kann das ding hier nicht verrutschen also von dem gesichtspunkt her ist das astrein durch konstruiert es sieht nur scheiße aus ja das dann zum thema luftfilter und diese modifikation jetzt in verbindung mit dem auspuff und der eprom und vielleicht später noch eine abstimmung wird ordentlich krawall machen und b das ansprechverhalten und die leistung wahrscheinlich auch rein positiv beeinflussen wir melden uns dann irgendwann mal mit einem soundcheck weil das ja drunter stand ihr macht ein auspuffvideo über eine tuono aber macht keinen soundcheck keine sorge kommt noch wir sind dran aber nur in verbindung mit der airbox damit es auch richtig laut wird projekt thunfisch kriegt dann jetzt irgendwann noch öl ein ölfilter kühlflüssigkeit die kupplung und die bremse werden entlüftet muss man ja sowieso weil wir da noch was vorhaben stimmt das kommt noch und wenn dann das an der bremse erledigt ist dann seht ihr wahrscheinlich irgendwann das soundcheck video in dem sinne danke fürs zuschauen tschüss so so Vielen Dank.